Matenmark in die Haare gegen Grünstich? Ich hab meine Haare gefärbt und wie ihr seht sind sie ein bisschen grün, deswegen kaufen wir zum Matenmark und machen das in meine Haare. Damit willkommen in meinem Leben. Hilfe. Wir haben das so, so viele geschickt, dass es eigentlich nur funktionieren kann. Das hab ich in der Sicht nicht trotzdem. Wir sehen uns im Lädchen wieder. Ich bin im Lädchen angekommen. Findet ihr das eigentlich auch so komisch, überall ohne Maske rumzulaufen? Hier ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, vielleicht ist es sogar gekühlt. Oder? Es gibt immer das hier. Das hier, aber das hier sieht mir sympathischer aus. Sag mir mal, ob ich das noch verdünnen muss. Ich geh jetzt in die Zuckerpuppenvilla und mach das drauf, drück das Plötchen.